Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunner Gaming. Runde heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde. Ne, wüsste ich ja in Ackermann. So, wir nehmen hier mal den Anruf an. Ach, sei still! Du wirst zu Sheriff Huckleberry in den Wald versetzt, bis sich die ganze Sache hier geklärt hat. Braucht er dort Hilfe bei einem Fall? Ha, unwahrscheinlich. Sein Bezirk hat die niedrigste Kriminalitätsrate von Lego City. Und daher will ich dich dort haben. Da kannst du nichts anstellen. Und was ist mit der Fury-Untersuchung? Ich hab meinen besten Mann auf den Fall angesetzt. Er ist der Sohn, den ich nie hatte und der auch kein bisschen so aussieht wie ich. Haha, wenn überhaupt jemand den Fall lösen kann, dann er. Dann fahren wir wohl mal dahin, ne? Leute. Ups. Mann. Sau, komm. Komm, mein Junge. Ups. Ich hab mir jetzt ein Cabriol aus meinem Auto gebaut. Im Wald ist es. Ich geh schon hin, Junge. Oh! Oh! Hi! Alter, das ist auch so wahnsinnig auf jeden Fall ab. Alter, das ist auch so wahnsinnig auf jeden Fall. Was ist denn noch? Ich bin einfach durch und durch gefahren da unten. Also unten durch. Und da ist mein Fahrzeug auch kaputt. Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Auch leider dein Auto. Hm, das ist ein gutes. Schnell klauen. Das ist ein Notfall. So. Kann hier einfach mal runter, so. Ey, wir haben es geschafft, wir sind fast da. Kommt mir irgendwie nicht hoch. Warum komm ich hier nicht hoch? So, jetzt bin ich da. Ja. Bist du sicher, dass du ein ausgewählter Knettner bist, Hanni? Natürlich! Hanni! Gar nichts? Ganz recht, Deputy. Jetzt hab ich dich! Huckleberry steckt in der Kleine. Frank, ich komm von vorne und du kommst von der Seite. Frank, ich komm von vorne und du kommst von der Seite. Sprech! Deine ... Gebete? Oh, Entschuldigung. Haha. Hallo, Chase. Wir sind gerade bei den Proben für unser Stück. Mhm. Okay. Irgendwie muss man die Zeit ja rumkriegen. Hier passiert nie irgendwas Spannendes. Ich ... äh ... die Vordertür war zu. Mhm. Die Kaffeemaschine ist kaputt. Derek, benimm dich! Mhm. Also, dann treibt ihr beide Farmer Hayes entlaufene Schweine zusammen. Die Farm ist südlich von hier. Ich würd' ja selbst gehen. Aber heute ist Premiere und ich kann meinen Text noch nicht. Geht klar. Machen wir das. Oh, Chase! Ich will die Tieris sehen! Das ist kein Streichelzoo, Frank! Okay. Ich muss kurz meinen Joghurt. Je schneller wir die Tiere finden, desto schneller kann ich mich wieder Rexfury widmen. Hey! Schau mal! Pferde! Können wir die benutzen? Denke schon. Kannst du denn reiten? Kommt drauf an! Fährt man die mit Automatik oder Gangschaltung? Vielleicht gehst du besser zu Fuß. Bis später! Okay, let's go. Die Ohren sind nicht schnell. Chase! Meins hängt im Rückwärtsgang fest! Und es hat keinen Kopf! Und nen ganz komischen Hintern! Du sitzt falsch rum, Frank. Oh! Erklärt aber auch, dass du das nicht. Warum es den Apfel nicht fressen wollte! Danke, Chase! Wir sehen uns auf der Farm! Junge, was ist mit dem Falsche? Ja, aber ich find's geil, dass man mir jetzt hier so reiten kann. Hopp, 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 hopp Kannst du nicht überfahren? Überpferden? Ja, ich kann lieber fahren. Ja, jetzt haben wir es ja hoch. Die fahren einfach dreckig. Wenn jemand qualifiziert ist, Schweine zu finden, dann er. Danke, Honey. Sollte nicht allzu schwer werden. Ist ja nicht so, dass sie fliegen könnten. Naja, es sind Bergschweine. Die sind überall. Und dergens! Ich bleib besser hier. Falls sie zurückkommen. Na gut. Ich sollte nach Rex Fury suchen. Du musst wie ein Farmer aussehen oder sie hauen ab. Ich habe eine Latzhose und einen Hut, die ich nicht mehr brauche. Super, danke. Hab die Sachen zuletzt beim Ausmisten getragen. Oh. Tch, die stanken so sehr, dass ich sie weggeschlossen habe. Und dann habe ich den Schlüssel sicherheitshalber in einem Feld vergraben. Ist klar. Und jetzt sind sie verflucht. Nimm einen alten Treffer. Wecker um das Feld nach dem Schlüssel um zum Pflügen. Reparieren müsste man den aber mal. Okay. Jetzt machen wir hier einfach Farming Simulator. Geölt müsste er werden. Wenn ich nur wüsste, wo ich die Kanne gelassen habe. Müsste meine Fußabdrücke zurückverfolgen, um rauszufinden, wo das Öl ist. Machen wir das mal. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Oh, wo oft der einmal herkommt. Digga, der ist ja übelst schwer. So. Dann füllen wir den mal in den Twellen. Digga. Ah, fast wie neu. Ja, der Schlüssel ist in dem Feld da drüben. Mhm. So. Hey, Chase. Ich hab gehört, dass du zu Uncle Duke versetzt wurdest. Wie geht's dir denn? Wie's mir geht? Anstatt Fury zu schnappen, suche ich nach einem Schlüssel, der mich zu stinkenden Latzhosen führt. Und das mache ich, damit ich ein paar entlaufende Schweine zusammentreiben kann. Wieso suchst du nicht einfach mit dem Audioscanner nach den Schweinen? Oh, dann ist ja alles okay. Ich melde mich wieder. Alles klar, danke Ellie. Junge. Äh, wo sind die anderen? Hier. Mann. So. Äh, da ist er ja. Taktischen Rückwärtsgang. Eingelegt. So. Dann fahren wir mal wieder zurück, würde ich mal sagen. Willkommen. So. So. Dann drehen wir mal den Wumms. Chase McKenna als Fahrer. Hey, da müssen wir was diesen Röten-Trupp annehmen. Machen wir. Ah, und dann muss ich da hoch, okay. Sollte ich hinkriegen, glaube ich. Ich fühle mich krank. Riechen gar nicht so schlimm. Oh, nee, doch. Jetzt rieche ich's. Ich sollte die Schweine möglichst schnell finden. So. So. Und sie haben tatsächlich mal ein UFO gesehen? Oh ja. Ich sah dieses komische, unheimliche Licht und wurde dann in dieses Raumdings gezogen. Da haben sie komische Sachen mit mir gemacht. Oh. Was für Sachen denn? Haben tief gebohrt. Na, du weißt schon. Tja, was machen die da? Kindheit gefragt und so. Oh. Und dann haben sie diese Maschine. La, la, la. Kann sie nicht hören. La, 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 la. Immer noch nicht. La, la, la. Ich hör nicht zu. Ich hör nicht zu. La, 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 la. Sind sie fertig? Ich hung einfach mit nem Huhn. Ähm, darf ich jetzt mal eine ihrer Maschinen fahren? Mal schauen. Aber nicht meinen neuen Mähdrescher. Sie haben einen neuen Mähdrescher. So, dann gießen wir hier mal wieder. Neun Mähdrescher. Kann ich den Schlüssel haben? Nein, hab ich doch gerade gehört. Zack, 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 zack. Ich glaube, da ist ein Schwein drin. Okay, nicht drin, sondern da oben. So. So, bringen wir mal rüber. Schwein hier und komm mit. Ah, jetzt muss ich hier zu diesem Ballen. Ist er jetzt wieder dahin? Oh. Sag mal. Komm, wamanos. Ah, jetzt. Perfekt. Dann fahren wir mal dahin, würde ich sagen. So. Zack. Back, quick, back, quick. Ach, da glaube ich jetzt eben hin, Alter. Oh, nicht hinfahren. Hey. Das Schwein schläft. Hm. 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 Ja, hier ist er, glaube ich, oder? Ja, ich mache einfach den Schlamm weg. Ich klaue ihn einfach Schwamm. So, dann drehen wir das mal. Hm. Hm. So, let's go. Und ich reite mit einem Schwein. So. Ah, er ist durch. Okay, so. Als nächstes müssen wir... Wo ist die Burg? Da hinten, Alter. Wo ist mein Pferd? Mein Pferd ist weg. Oh. Laufenbar jetzt einfach. Scheiß drauf. Ist hier ein Auto? Sorry, das ist ein Notfall. So, let's go. Dann fahren wir mal eben da rüber. Jetzt sind wir jetzt wieder hoch. Ernsthaft? Jetzt bin ich einmal im Kreis gefahren? Gehen jetzt richtig höher aus? Ach, ich muss hier hoch. Da wollte ich nicht landen. Ähm... Ich bin, glaube ich, hier hoch runtergefallen. Okay, so. Jetzt müssen wir nochmal hoch. Ups. Ach, Mann. So, jetzt aber. Jetzt bin ich richtig. Moin. Moin. Ich hab von irgendwo da oben ein Grunzen gehört. Also entweder ist eins der Schweine auf die Burg geklettert, oder der Bewohner hat eine selten komische Lache. Ja, ich muss da hoch. Ah, okay. Sei vorsichtig, wenn du da hochkletterst. Und lande auf was Weichem, wenn du fällst. Okay, Frank. Ich ziel dann auf deinen Kopf. Schon komisch, wie weich der ist. Mein Arzt sagt, ich soll immer einen Helm tragen. Ich bin schon wieder runtergefallen. So. Zack, zack, zack. Du hattest recht, Frank. Hier oben schläft ein Schwein. Wuhu. Hm. Wie krieg ich dich jetzt wieder runter? In einer Abführung, eine Banane, um das Schwein aufzufangen. Jo, mach recht. Na. So, machen wir mal auf das Ding hier. So. Dann gießen wir hier mal. Also ein Apfelhambar. Ja. So. Gießen wir hier mal irgendwas. Wo soll ich denn jetzt hier hin? Ah, da ist wirklich irgendwas zum Wiesen. Dann gießen wir hier mal. Äh. Äh. ja wieder hier unten. Ey Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, einen Abbot, einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Solver vorbei, der ist so in der Videobeschreibung verlinkt. Achtet, wie die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein Leute, euer Sando. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020